Hier ist No-Go mit Special Nummer 7, lieber Stefan. Wen haben wir denn diesmal zu Gast? Martin Bieden. Oh, der hat ja für Rapid gespielt. Aber auch für die Austria. Und dann nochmal für Rapid. Mit der Austria hat er das Double geholt. Und zwei Meistertitel mit Rapid. Ja, und er hat auch für alle anderen großen Vereine in Österreich gespielt. Ich meine, so viele gibt es nicht, aber eigentlich dann doch viel, wenn man so zuhört. Ja, und eigentlich wollte er bei der Austria anscheinend nie sein. Ja, weiß ich nicht. Aber das Double hat er trotzdem mitgenommen. Ja, aber jetzt verraten wir hier nicht alles. Hört einfach rein. Wirklich interessantes Gespräch. Und auch wir konnten hier noch viel lernen. Viel Spaß! Yes!